Diese Woche waren wir in San Francisco, California und einmal natürlich im Cow Palace in San Francisco für Dynamite und für Rampage und einmal im Chase Center dann für den Pay-Per-View AEW Revolution und das wird heute auch unser Thema sein in der Elite Hour. Natürlich größtenteils der erste Pay-Per-View 2023 ist vorbei und ja, ich hoffe ihr hattet Spaß und ihr habt beim Schauen, ihr habt auch Spaß beim Zuhören bei uns, also viel Spaß bei der Elite Hour. Zuhören bei uns! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir sind wieder zurück. Ja, nach Revolution 2023, der erste Pay-Per-View ist vorbei. Wir waren an der Westküste in den USA und zwar in San Francisco, die ganze AEW-Wopper tatsächlich. Und ja, wir haben einen sehr tollen Pay-Per-View meiner Meinung nach gesehen. Ich hoffe, ihr hattet auch ähnliche Gedanken dazu. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden heute darüber reden, vor allem über natürlich die, ich glaube insgesamt acht Matches, die es waren, bei AEW Revolution. Ich mache es nicht alleine, ich bin der Julian und diese Woche ist der Thorsten bei mir, hallo. Guten Tag, grüß dich. Grüße, ja. Ja, also verzeiht es mir erstmal, sage ich schon mal. Wir nehmen das heute einem Dienstag auf direkt und zwar früh um 8.15 Uhr. Also verzeiht es uns beiden eigentlich, es ist relativ früh. Aber ja, genau. Es war nicht so geplant, dass ich das nochmal mache diese Woche. Ja, gib zu, ich habe gestern den falschen Schalter gedrückt und die Aufnahme gecrushed. Ja, das ist kein Problem. Aber danke dir, dass du dich hier heute Morgen her bemühst und mit mir diese Aufnahme machst, damit wir den Hörern dann auch noch einen pünktlichen Hörgenuss kredenzen können. Ja, ich hoffe doch, wenn das bis heute Abend klappt. Ja, außerdem, heute kommt auch noch ein Interview bei Wrestling-Infos.de raus und zwar von Ares. Tatsächlich, ich glaube es müsste auf Deutsch, Englisch und sogar Spanisch, wenn ich das noch hinbekomme heute, müsste das dann noch online sein. Also checkt es auf jeden Fall ab bei Wrestling-Infos.de. Auf andere Interviews kamen die letzten Tage, werden auch noch kommen. Ich glaube morgen und, ja genau, morgen kommt noch eins. Und, ja, unter anderem mit Levaniel, wir hatten Francesco Akira, Fomenori Awe. Also ganz viele Interviews könnt ihr abchecken bei Wrestling-Infos.de als Preview für das Karat, was am kommenden Wochenende stattfinden wird in Oberhausen. Das ganze Karat-Wochenende. Und tatsächlich sind wir, also von der Elite-Hour tatsächlich, ich glaube wir sind alle mittlerweile da. Zumindest an gewissen Tagen. Also ich bin leider nur Samstag da, aber falls ihr auf jeden Fall uns treffen wollt, uns mal sehen wollt und mit uns mal quatschen wollt, in Person quasi, dann, ja, das ganze Wochenende dürftet ihr eigentlich gegen, also überhaupt in jeden von uns reinrennen quasi, so gefühlt. Immer mal, bei mir nicht so oft, aber gut, ich denke, du bist ja das ganze Wochenende da, oder? Ja, ja, es ist mein erstes Karat. Ich habe ja auch extra Karten, zwei Stück für Inner Circle geholt. Also wenn ich mal da bin, dann volle Lotte. Und ich bin dann also einen Tag vorher auch schon in Gelsenkirchen zugegen. Da wird dann der Emra dabei sein. Und ich, wenn ich mich nicht irre, so wie er sich geäußert hat, glaube ich auch der David. Und man wird uns freilich wahrscheinlich erkennen, weil mindestens einer von uns die Wrestling.de Uniform trägt, also sprich und sein Hoodie. Und dann könnt ihr gerne mit uns reden und freuen wir uns drauf. Genau, absolut. Eine zweite Sache noch, wir haben natürlich noch die Chrismania-Frage ganz zum Anfang. Und zwar hat sich diese Woche der Stefan, die überlegt, tatsächlich. Liebe Grüße an Stefan. Und zwar, welches Match war vor dieser Show bei AEW das längste Match, aber ohne Beteiligung von Brian Danielson? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich hätte es nicht gewusst, tatsächlich, auf Anhieb. Und ja, ihr kriegt dann auch die Antwort am Ende der Show. Thorsten wird mich bestimmt daran erinnern. Wenn ich es wieder vergesse. Das passiert dann doch relativ häufig. Okay, kommen wir zu AEW Revolution. Ich wollte das jetzt relativ kurz machen am Anfang, denn das Intro, weil wir haben ein Pay-Per-View zu bereden. Einen sehr, sehr guten Pay-Per-View mal wieder. Einer der Besseren der letzten Male, muss ich sagen. Ich fand ja Full Gear, All Out, jetzt, ja, waren schon richtig gute Shows, aber jetzt, muss ich sagen, ich war nicht so gehypt auf die beiden. Hier war es auch jetzt nicht so vom Hype her, muss ich gestehen, bis auf so ein, zwei Matches. Aber die haben echt abgeliefert, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass, also ich habe es quasi live geguckt. Ich wollte ja eigentlich um eins mit dabei sein. Aber alter Mann, der ich bin, bin ich vorher eingepennt und um drei wach geworden und habe es dann angeschmissen, weil man bei Veit ja glücklicherweise auch noch einen laufenden Livestream wieder zurückspulen kann und von vorne gucken. Und habe es mir dann gegeben. Also das ließ ich flüssig weggucken. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das inklusive Zero-Hour-Pre-Show mit, ich war, das war nachher so bummelig irgendwas bei knapp vier Stunden alles zusammen. Das hatte eine gute Länge. Das war jetzt nicht so diese Überlänge, die AEW vorher immer bei seinen Pay-Per-Views hatte. Und ich muss sagen, wenn sie das so beibehalten, dann wäre es vielleicht auch für die Zukunft mal alternativ schön, dann mal wieder gänzlich live zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja eh Bedenken gehabt vor dem Pay-Per-View, weil ich schaue eigentlich sowas nicht live nachts, wenn ich weiß, ein Match geht 60 Minuten, das ist der Main-Event dann. Weil ich kann mir nur vorstellen, wenn dann bei AEW-Schuss war es ja immer so, keine Ahnung, um vier oder so oder nach vier geht erst der Main-Event los und nach halb fünf oder sowas nachts bei uns. Das ist für mich dann halt schon echt meine Grenze. Und wenn dann noch 60 Minuten kommen, nee, komm mal, mache ich nicht. Deswegen habe ich eher gehofft, in Anführungszeichen, für mich jetzt, dass ich live gucken kann, dass das Ironman-Match am Anfang kommt, weil dann ist jeder noch frisch, selbst die Crowd im Gebäude quasi, in der Arena, ist noch relativ frisch. Das heißt, das hätte man machen können. Brian Danielson hat ja anscheinend auch, wäre auch nicht dagegen gewesen. Der wollte anscheinend Tony Khan auch ein bisschen überzeugen, dass er vielleicht am Anfang gehen kann als erstes Match. Aber ich muss sagen, ich habe es halt nicht live geschaut, aber dann eben am Montag jetzt tagsüber so verteilt, vereinzelt in Teilen. Ja, ich muss trotzdem sagen, das Match hat es super abgeliefert. Auch die Crowd hat es angenommen, als ob es im Opener gewesen wäre. Also das war wirklich richtig gut. Und wie du schon sagst, kürzere Show. Ich glaube, die Main-Show ging, glaube ich, nur drei Stunden 40 insgesamt. Das ist echt eine sehr, sehr gute Zeit. So stelle ich mir das auch vor, weil AEW macht nur alle drei Monate Pay-Per-Fuse. Da kann ich schon verstehen, dass die Shows ein bisschen länger gehen und auch, dass mehr Matches drauf sind. Aber man muss ja nicht es unnötig in die Länge ziehen. Ich weiß noch, dieser eine Pay-Per-View war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Der ging ja irgendwie, ich glaube, fünfeinhalb Stunden oder so. Ja, ja, das hatte dann fast WrestleMania-Länge. Ja, das ist dann halt einfach zu viel. Und ich bin froh, dass sie es dieses Jahr nicht gemacht haben hier bei Revolution. Hat sich echt gut schauen lassen. Ja, wir sind reingestattet in der Pre-Show mit einem wunderbaren Opener für die Crowd vor allem. Und zwar hatten wir die Lucha Bros und Mark Briscoe, ein richtig geiles Team meiner Meinung nach. Irgendwie passen die super zusammen. Gegen die Varsity Athletes, und zwar Tony Nies, Ari Daivari und der gute Josh Woods. Für den ich ja auch, oder in dem ich sehr, sehr viel Potenzial sehe. Ja, ich weiß nicht, was das ihm wird. Er wird wahrscheinlich jetzt größtenteils bei Ring of Honor am Start sein. Und ja, da hat er ja auch ein super Match gegen Takesh da. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Ja, war ein sehr guter Opener für die Crowd. Froggy Bow dann von Mark Briscoe zum Sieg für das Babyface-Team hier, für die Lucha Bros und Mark Briscoe. Ich finde, das ist auch so ein Team, wenn jetzt halt Puck nicht da ist. Ich finde, man kann da auch ein bisschen was ändern, dass die vielleicht jetzt mal einfach bei Dynamite im TV ein Trios-Title-Match haben. Weil die können halt die Hütte abreißen mit House of Black. Und werden so gesehen in so einer lockeren Zusammenstellung vielleicht auch dann gut der erste Herausforderer. Sag mal, weißt du eigentlich, warum Puck nicht da ist? Ist er verletzt oder hat er wieder irgendwelche Visa-Ishus? Naja, der hatte ja seine gebrochene Nase. Einmal das. Und ja, vielleicht ist er noch anders verhindert. Ich weiß es nicht. War jetzt ja seit dem Ladder-Match nicht mehr da. Ja, ich denke mal, es wird einerseits mit der Nase bestimmt zusammenhängen. Andererseits könnte es sein, dass er einfach zu Hause geblieben ist. Keine Ahnung. Also hier wieder irgendwie Arbeitsvisa-Geschichte und so weiter. Das hält man ja alle Nase lang, dass mal die Australier wieder in ihre Heimat zurück müssen. Oder jetzt irgendwelche Kanadier. Ich sag jetzt mal, um mal einen Bogen zu Impact zu gehen. Josh Alexander hatte vor einigen Wochen auch kurz das Problem, dass er erst mal wieder in die Heimat musste, weil sein Arbeitsvisum abgelaufen ist. Sowas in der Art. Ja. Alles klar. Ja, war ein sehr, sehr spaßiger Opener tatsächlich. Es war ja auch das einzige Match in der Pre-Show. Das ist relativ untypisch, wenn man sich die letzten AEW-Pay-Per-Fuse anschaut. Ich habe auch damit gerechnet, dass vielleicht Jake Cargill noch ein Match hat in den TBS-Zeiten. Aber da hatte man halt auch keine Challenger. Von daher vollkommen okay. Ja, an sich, wie gesagt, war ein nettes Match. Schöner Pre-Show-Opener hier. Aber dann ging es los mit der Main-Show. Und ja, wir hatten, ich glaube, dann insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Matches. Also sehr, sehr kompakte Show, muss man sagen. 8 Matches finde ich auch immer perfekt für einen Pay-Per-View. Obwohl, hier hatte man halt das Besondere mit dem Iron-Man-Match im Main-Event, was schon sehr, sehr lang geht. Was auf dem Papier schon sehr, sehr lang ging. Und ich finde aber trotzdem, selbst wenn der Main-Event nur 30 gegangen wäre, ich finde, 8 Matches sind vollkommen okay. Es braucht nicht immer 10 oder 12. Es reichen auch 8. Die Show ließ sich echt gut schauen. Und ja, es ging los mit Ricky Starks gegen Chris Jericho. Auch mal wieder ein sehr, sehr gutes Match mit, fand ich, sehr, sehr starken Conjuring. Es gab zum Beispiel den Spear, den Codebreaker. Das war richtig cool. Ricky am Ende gewinnt das Ganze mit dem Roe Shambo. Und ja, Ricky hat auch nach der Show bei der Pressekonferenz Ansagen an alle Champs irgendwie gehabt. Also er möchte, egal für welchen Championship gehen. Und hat auch zum Beispiel den guten Kenny Omega an den Mund genommen. Also den Namen Kenny Omega. Also vielleicht bekommen wir von ihm jetzt in Zukunft auch was in entweder Richtung Kenny Omega Singles Match oder Richtung Tidal. Was denkst du dazu? Ja, also das kann man ja auch miteinander kombinieren, weil Kenny Omega ist ja auch noch ein tierender NJPW US Champion. Und das könnte man ja zum Beispiel mal als Match mit draufbringen. Und dann kann Ricky Starks zeigen, dass er auch mit dem Kenny mithalten kann, dann knapp verliert, damit Kenny dann seinen Titel da nicht droppen muss. Aber auch ein aufstrebendes Talent kann ja auch an einer Niederlage wachsen, wie man so schön sagt. Das finde ich schon recht logisch. Und ansonsten, glaube ich, wäre es für Ricky, weil er ja jetzt auch vor noch gar nicht so langer Zeit erst gegen MJF um den World Title verloren hat, vielleicht den Weg über den US oder den All-Atlantic, äh, Entschuldigung, US sei schon, über den TNT-Titel oder den All-Atlantic-Titel fände ich für ihn passender, dass er sich so langsam dann die Leiter hocharbeitet und irgendwann dann das gereifte Main-Event-Babyface ist, um irgendeinen Heel-Champion dann rauszufordern. Ja, ich hoffe, man belässt es jetzt, oder man, wie soll man sagen, man belässt ihn unbesiebt, in Anführungszeichen. Also das ist ja nicht, man beschützt ihn quasi die nächsten Monate, weil ich finde, je nachdem, was auch dann vielleicht am Mittwoch passieren kann, wenn Powerhouse Hobbs den TNT-Titel gewinnen könnte bei Dynamite, man könnte in Richtung Pay-Per-View echt was Cooles aufbauen. Man kann die ja erstmal ein bisschen auseinanderhalten für einen Monat und dann aber Richtung Ricky gegen Hobbs vielleicht aufbauen, weil dann hat man schon die Story, die man wieder aufgreifen kann. Hobbs ist der erste von beiden, der einen AEW-Titel gewonnen hat. Das wäre echt auch richtig cool. Und Ricky hat Jericho besiegt zweimal, also der muss eigentlich irgendwas bekommen jetzt, das heißt, ja, wird ja der Jericho-Sieg irgendwie, ist ja dann nichts wert. Von daher, das wäre für mich ein nächstes Pay-Per-View-Match, Ricky gegen Hobbs und den TNT-Teilen. Man kann ja beide stark halten bis dahin und dann kann man ja das aufbauen, das Match. Das wäre so meine Sache, weil ich glaube, Ricky wird auf jeden Fall ein Match haben beim Pay-Per-View, beim nächsten. Das wäre so mein Booking, aber wie gesagt, mal sehen, was noch passiert. Wir haben ja noch drei Monate. Genau, und wir wollen ja nicht vergessen, dass Ricky aus der kurzen Auseinandersetzung mit Hobbs nach dem Split als Verlierer rausgegangen ist. Hobbs hat ihn ja quasi abgefrühstückt. Und da kann ich mir das schon denken, dass er dann sagt, ey, hier, sag mal, wir haben noch Anfinish-Business und du bist jetzt ein Champion. Ich will jetzt deinen Titel haben. Ja gut, die hatten ja zwei Matches, glaube ich. Das erste hat Hobbs gewonnen, das zweite, glaube ich, Starks in diesem Unsanctioned-Match. Bei Grand Slam war das letztes Jahr. Lights Out-Matches zählen nicht. Ja, bei AEW irgendwie nicht, aber gut. Ja, also man kann aber da zumindest das, wie sagt man, das Rubber-Match machen. Also wie man das so nennt, Match Nummer drei. Wer gewinnt dann das dritte Match? Das ist eigentlich ganz cool. Um den Titel, das heißt, man hat nochmal einen anderen Motivationspunkt für beide. Das ist schon ganz cool. Ja, Ricky Sachsen, Chris Jericho. Sehr, sehr guter Opener, fand ich. Jericho, wieder in seiner Rolle, geht halt wieder auf. Als Ring-General quasi, als jemand, der einfach die jüngeren Leute overbringt. Das ist das, was er machen sollte. Und das macht er auch überragend. Überragend, also der Typ ist so, so gut. Einer meiner Lieblinge aller Zeiten im Wrestling, von daher. Ich war froh, dass ich ihn wieder gesehen habe beim Pay-Per-View. Und das ist tatsächlich auch ein sehr interessanter Fakt. Den habe ich auch erst bei der Pressekonferenz danach erfahren. Jericho hat noch nie mehr Revolution gewonnen. Er hat eine Losing-Streak. 0 zu 4. Eieiei, das ist ja, dann muss man ja, irgendwann muss er ja die Odds overcome und sich dann noch seinen Sieg holen. Ja, also wenn sie das in der Story machen nächstes Jahr, das würde mich, also das wäre interessant. Könnte ich mir sogar vorstellen, wenn sie nichts anderes haben gerade für Jericho. seine Revolution-Losing-Streak brechen möchte. Genau. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Und zwar hatten wir da Jungle Boy, Jack Perry gegen Christian Cage. Das wurde ja noch relativ kurzfristig da, ja, auf die Show gepackt. Und bei Rampage wurde dann noch festgesetzt, dass das ein Final-Burial-Match wird. Da war erstmal nicht klar, okay, wird es jetzt ein Burial-Alive-Match? Wird es ein Casket-Match? Man hatte so eine Mischung aus beiden, obwohl es am Ende dann doch eher ein Casket-Match eher war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das, war diese ganze Sache jetzt, die man die letzten zwei Wochen noch so ein bisschen versucht hat aufzubauen, jetzt nicht so toll. Aber was ich hervorheben möchte von Dynamite noch, Christian Cage hat eine super Promo gehabt, um das Match nochmal zu verkaufen. Das muss man ihm echt lassen, der Typ ist so stark am Mikrofon und hat das echt nochmal geschafft, da ein bisschen Feuer reinzubringen. Und ich fand das Match halt auch das Feuer auf jeden Fall widergespiegelt, denn wir hatten einen sehr guten Brawl und war genau das, meiner Meinung nach, was es hätte sein sollen. Sie gehen dann auf die Stage, wo dann der Sarg auch war mit ein bisschen Erde und der Schaufel und so weiter. Und ja, es gab den Choke mit der Schaufel quasi, also Jungle Boy hat ihn in dem, wie heißt der Move, Snare Trap, glaube ich, gehabt und hat den dann quasi die Schaufel in den Mund so ein bisschen gedrückt. Ja, wie so eine Beißstange beim Pferdegeschirr. Ja, und dann gab es den Concerto von Jungle Boy, bei dem er ja noch, ja, zurückgezogen hat beim letzten Mal. Den hat er ja durchgezogen und der sah richtig böse aus. Ich hoffe, Christian ist okay, was das angeht. Der hatte ja schon einige Kopfverletzungen gehabt in seiner Karriere. Und ja, Jack Perry gewinnt dann das Ganze. Am Ende haut Christian in den Sarg rein. Es gibt, ja, eine kleine, eine Mini-Explosion und der Sarg geht quasi rein in die Stage. Es war ganz cool gemacht, sehr netter Effekt. Und ja, das ist auch so einer wie Ricky Starks. Also man hat hier echt einige bei dieser Show, wo ich sage, ja, das sind Leute für, theoretisch MJF natürlich als nächstes. Bei Jungle Boy, glaube ich, der muss jetzt mal was gewinnen, also was Größeres, weil, ja, das wird schwierig. Ich wüsste halt nicht was, weil Hobbs hat jetzt erst den TNT-Title-Shot. Ich glaube nicht, dass, also wenn Wardlow verteidigt, dann klar kann Jungle Boy auch auf den TNT-Title gehen, aber ich finde, dass man sollte ein Match mit Orange Cassidy machen und den All-Authentic-Title. Ja, das, das, äh, im Prinzip wäre das von mir auch dasselbe, was ich bei Ricky Starks gesagt habe. Das wäre jetzt ein Fehler, ihn jetzt so, äh, von 0 auf 100 direkt in den World-Title-Feed zu booken, sondern ihn auch kontinuierlich aufzubauen und das Momentum mitzunehmen und da hat man ja nur auch diese beiden Secondary Singles-Title und dann kannst du ja, äh, den einen auf den einen und den anderen auf den anderen schicken und daran können sie dann wachsen und, äh, wenn sie sie gewinnen sollten, dann auch, äh, stärkere Gegner bekommen und an denen noch wachsen und sich dann so langsam die, äh, Card-Leiter, sag ich jetzt mal, in Richtung Main-Event hocharbeiten. Genau, weil die haben ja so viele Leute, das, meine, wir kommen dann auch später am Abend noch zu einigen, ähm, die theoretisch gegen MJF ja noch ran können, ran müssen irgendwann oder nochmal ran müssen, je nachdem. Und ich finde, äh, Jack Perry, Jungle Boy, wie auch immer, ähm, das ist jemand, klar, der sollte das Ding nicht gewinnen oder so, unbedingt jetzt momentan, aber, ähm, das ist jemand, der sollte in Zukunft schon mal MJF-Challenge, zumindest im TV, das wäre auf jeden und wäre sehr, sehr cool. Ricky Starks, da kann man vielleicht auch überlegen, vielleicht in Zukunft auch mal Richtung Pay-Per-View-Match mit MJF, aber, ähm, weil man hat das ja schon im TV gemacht, das war auch ein sehr großer Erfolg. Ja, ansonsten, ja, erzähl du. Ähm, was Jack Perry angeht, könnte ich mir so eine, äh, wenn man ihn dann mal um den World Title antreten lassen will, so eine Geschichte wie jetzt im Dezember mit Ricky Starks, mir vorstellen, dass er irgendein Qualifikationsmatch sich einen Titelshot sichert und dann zwar knapp, aber doch scheitert, äh, und dann erst, äh, sich dann sagt, oh, jetzt die Karriereleiter wieder nach oben, weil Ricky, der ist ja auch nicht im Main-Event geblieben, trotzdessen er da knapp, nur knapp gegen MJF verloren hat. Na, dass man das so als Testballon macht, mal gucken, wie er wirkt, wenn er jetzt um das ganz große Ding antritt, ähm, äh, und ihn dann zu behutsam dann aufbaut, wie es ihm skizziert haben. Ja, schon, ähm, man muss eben was, wenn man ihn verlieren lässt gegen MJF im TV, dann muss man was danach haben für, äh, für Jack Perry. Das ist halt immer das Ding, das habe ich ja auch immer kritisiert, die letzten Male, bei Ricky Starks haben sie es ja richtig gut gemacht, das habe ich auch immer gelobt, dass der jetzt auch gegen Chris Jericho gleich diese Fede hatte nach dieser Niederlage gegen MJF. Und der wirkt einfach genauso stark wie vorher, freut mich. Bei Jack Perry, klar, er gewinnt halt relativ oft jetzt in letzter Zeit, also gar dieses Jahr, ich glaube, der ist noch umgeschlagen. Das ist auch gut so und ich denke, das sollte auch so bleiben, weil wenn du dann Jungle Boy gegen Orange Cassidy machst, die ja beide, glaube ich, sogar umgeschlagen sind dieses Jahr bisher, das wäre ein cooles Match. Es ist zwar Babyface gegen Babyface, aber ich finde, da könnte man echt was Cooles machen, weil man macht diese Art von Matches nicht so oft mit zwei populären Leuten und ich denke, das wäre halt ein sehr cooles Match für Dynamite, weil die könnten auch mal länger gehen. Klar, der All-Identic-Tile hat nur ein 20 Minuten Time Limit, aber ich glaube, die könnten da das anteasen, dass es da ein Draw geht, dass die irgendwie 90 Minuten wrestlen oder so. Das wäre echt cool, weil die beiden könnten das machen und ich glaube, die Leute würden uns auch feiern. Das ist so meine Idee, aber da finde ich, sollte Jungle Boy was gewinnen, weil Orange Cassidy, der hatte, wie soll ich denn das sagen, der hätte damals gewinnen müssen, das hat er auch im Herbst und das war auch gut so, aber jetzt muss jemand anderes gewinnen. Ob es jetzt Ricky Starks ist, ob es Jungle Boy ist, weil die haben jetzt hier den großen Sieg bekommen, die müssen jetzt mal was Größeres gewinnen. Ich finde, Orange Cassidy, der hat einen super Title Run gehabt, meiner Meinung nach, super spaßig. Alles, was er da gemacht hat, war richtig gut. Und es war immer ein Highlight, gerade die letzten Wochen. Wir hatten diese Woche jetzt ja auch wieder gegen Big Bill das Match, davor gegen Wheeler Utah. Also das waren ja wirklich überragende Matches, fand ich mega unterhaltsam. Und ja, ich meine, gegen Jungle Boy wird es bestimmt auch nicht anders werden. Nee, ganz bestimmt nicht. Und ich sage mal so Face gegen Face als sportliche, in Anführungsstrichen, Herausforderung, das hat man ja im Wrestling eher als hier gegen hier oder sowas. Und dann kann Jungle Boy da als Sieger herausgehen, hat dann seinen Singles-Titel, Orange braucht den nicht mehr. Und ich sage mal, Jungle Boy dann vielleicht auch mal bei anderen Promotions den Titel verteidigen sehen. Das wäre ja auch eine nette Idee. Dann macht man ihn auch über EIW hinaus bekannter, generiert so vielleicht auch Fans, die dann bei EIW einschalten. Das kann ja auch nur Win-Win werden. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Okay, ich dachte jetzt schon, weil du mitten im Satz abgebrochen bist. Boah, sorry Leute für den kurzen Leerlauf hier, aber ja. Bei jedem Wissen, da bin ich jetzt. Aufnahme läuft aber noch. Ja, genau. Aufnahme läuft noch. Okay. Sehr gut. Entschuldigung dafür, vielleicht machen wir auch einen Cut, ich weiß nicht, aber ja. Ah, den lassen wir drin oder ich baue den Batman-Jingle an. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten Match, das erste Titel-Match des Abends und zwar hatten wir die Elite, die die Trios-Titles verteidigen gegen The House of Black, Kenny Omega und die Young Bucks gegen Malachi, Black, Buddy Matthews und Brody King und ich habe ja schon die letzten Podcasts immer gesagt, das ist so ein Match, das kannst du auf die Karte hauen ohne Aufbau. Das reicht mir, was die Ansetzung angeht alleine. Natürlich muss man zugeben, der Aufbau war rotz, beziehungsweise einfach zu wenig. Das war halt nicht gut, fand ich, fand die Angus, die sie gemacht haben, nicht gut. Aber ich meine, wie bei mir, glaube ich, ich denke, es ging vielen auch so. In der Halle hat man es auch gemerkt, die Leute hatten einfach Bock auf das Match. Das war, da war der Aufbau relativ egal. Die Crowd war so am Anfang schon so krass am Start. Das war so cool. Wir hatten Kenny gegen Buddy Matthews endlich mal, zumindest teilweise in einem One-on-One für zumindest ein, zwei Minuten. Das war awesome. Wir hatten Kenny gegen Malachi direkt danach. Ich meine, die wussten auch, wie sie das Match aufbauen, dass die Leute das sehen wollen. Kenny gegen die beiden. Und es gab dieses Awesome-Chance, als Kenny und Malachi im Ring waren. Das war auch super stark. Brody war für mich aber der Beste von der Darstellung her in dem Match. Den haben sie richtig dargestellt, wie ein Megamonster. Er kam echt wie das größte Monster rüber. Und es gab natürlich alles, was man sich erhoffen konnte. Dice und ohne Ende. Wir hatten natürlich die ganzen Konter, die es gab. Es gab V-Trigger, Knee-Strikes, also alles Mögliche von beiden Seiten irgendwie. Und am Ende sollte es den Meltzer-Driver geben. Der wurde dann gekontert mit diesem überragenden Knee-Strike von Malachi, der dann Nick Jackson aus der Luft quasi rausholt. Das war richtig stark. Und dann gab es den Dante's Inferno an Matt Jackson, der im Ring war. Und es gab den Titelwechsel. Wir haben neue Trios Champions. The House of Black gewinnen endlich diese Titel. Und die machen endlich was mit denen. Finde ich cool. War auch mein Tipp tatsächlich. Ich kann schon mal sagen, ich habe jedes Match richtig getippt. Bei dem Pay-Per-View. Und das war auch eins davon, logischerweise. Und ja, Titelwechsel, House of Blacks in neue Trios Champions. Fandest du das auch so stark, das Mensch? Ja, fand ich tatsächlich. Also vielleicht war es hier dann die Mischung, weil das House of Black ja nicht so denselben Stil repräsentiert, wie es die Elite tut. Deshalb habe ich mir vielleicht mit der Best-of-Seven-Series gegen das Death Triangle ein bisschen schwer getan. Aber das hier fand ich richtig gut. Auch zu Beginn, wo dann Kenny als Leader seiner Gruppierung dann einem Buddy Matthews gegenüber stand. Und die Fans schon Nuts gegangen sind. Und dann hat Buddy mit Malakai gewechselt. Und da hat man gemerkt, hey, das können für die Zukunft richtig geile Singles-Matches werden, wenn Kenny auf einen der beiden dann trifft. Das ist Money. Und ja, endlich hat das House of Black mal einen Titel. Und kriegt jetzt vielleicht auch die Bedeutung, die es verdient. Weil ich finde die Gruppierung richtig gut. Und hoffe, dass sie jetzt aus der Bedeutungslosigkeit dann heraufsteigen, wie vielleicht aus der dämonischen Hölle, in der sie vielleicht eh wohnen. Ja, mal schauen. Ich hoffe ja, wie du schon jetzt angedeutet hast, dass wir mehr Singles-Matches sehen. Erstens, sie sind jetzt Champions. Das heißt, die müssen vielleicht auch mal mehr als nur Vignetten machen. Das heißt, die müssen auch mal wrestlen. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Das ist meine Idee, meine Hoffnung auch. Wir sehen beim nächsten Pay-Per-View das Rematch. Die können sie ja erstmal ein bisschen auseinandernehmen momentan. Für die ersten ein, zwei Monate jetzt. Und dann kannst du ja mehr erzählen. Vielleicht auch mal in Singles-Match bringen. Um das dann wieder aufzubauen. Dass meinetwegen Kenny Omega irgendwie Malakai besiegt oder so. Und dann hast du halt dein Rematch bei Double or Nothing dann. Vielleicht Two Out of Three Falls wäre auch cool. Das hat man ja auch noch nicht um die Trios-Titles. Und da könnte sich die Elite dann die Titel zurückholen. Weil ich finde ganz ehrlich, die Elite sollte als Trios einfach da sein. Und immer dieser Block sein in dieser Division. Weil sie sind einfach, finde ich, das beste Trio, was das angeht. Und die sind ja auch der Grund, warum die Elite, warum All Elite eben Trios-Titles hat irgendwo. Weil die Elite war ja schon vorher vor AEW ein starkes Trio immer gewesen. Und ja, House of Black fand ich aber hier die richtige Entscheidung, in die Titel zu geben. Ich hoffe halt, wie gesagt, nächster Pay-Per-View gibt es das Rematch. Das wäre echt mein Wunsch. Denn die können das Ding nochmal abreißen. Vielleicht sogar in einem besseren Match. Das, ja. Könnte durchaus funktionieren. Wir kriegen zwischendrin die ganzen Singles-Matches. Und Tag-Team-Matches. Da hätte ich Bock drauf. Jetzt ist ein einfacher Aufbau. Und das kann man ja machen. Von mir aus verteidigt halt Kenny sein US-Title auch mal gegen Buddy oder gegen Malakai oder gegen Brody. Weil gegen alle drei Singles-Matches wären richtig geil. Also egal gegen wen. Von daher, Brody King hat ja auch, wie gesagt, der hat ja den Monster-Push hier bekommen. Und das ist auch jemand, vielleicht baut man den in Zukunft vielleicht auch mal für den TNT-Title auf. Also für eine Challenge zumindest im Weekly-TV. Mal schauen, weil da hätte ich auch Bock drauf. Gerade gegen diese ganzen Monster hier so. Wardlow, Hobbs, das wäre schon cool. Den da noch zu sehen. Und ja, erster Titel-Match, erster Titel-Wechsel. War das im zweiten Titel-Match auch so? Wir hatten Jamie Hayter, die ihren AEW-World-Title verteidigt gegen Soraya und Ruby Soho in einem Freeway-Match. Ich bin kein Fan von Freeway-Matches. Ich sage es immer wieder, ihr kennt es. Gerade wenn es keine Eliminationsregel gibt in diesen Titel-Matches dann immer. Ja, aber ich muss sagen, es war ein solides Match. Nicht wirklich ein Highlight. Ich denke, das war eher wichtiger, was am Ende passiert mit Ruby, die dann gegen Jamie und Pritz quasi turnt. Und sich den, wie nennen sie sich jetzt, Outsiders, ich weiß es nicht, ob sie sich so nennen, die Ex-WWE-Leute halt. Die schließt sich ihnen an, denn Ruby ist ja natürlich auch eine ehemalige WWE-Wrestlerin. Und ja, Jamie gewinnt mit einem Cradle gegen Ruby. Also es war vom Booking auch relativ smart gemacht, was den Turn angeht. Denn Ruby wurde gepinnt, aber es war am Ende relativ egal, weil sie halt geturnt ist. Sie hatte trotzdem das Spotlight. Das heißt, alle sind irgendwo gleich stark, sage ich jetzt mal, nach dem Match als vor dem, oder wie vor dem Match. Von daher, wie gesagt, war vollkommen in Ordnung. Und jetzt wird es halt interessant, wir werden wahrscheinlich da noch eine Dritte im Bunde bekommen für die Homegrown-Stars, also für Britt und Jamie Hayter. Und ich habe da schon im ersten Monat eine gedacht. An welche hast du da gedacht, Outsider? Also mir kamen mehrere Namen in den Sinn. Einer war Willow Nightingale, da habe ich aber gedacht, nee, jetzt ist ja die ROH Weekly gestartet. Da wird sie ja primär wahrscheinlich das Top-Women's-Babyface bei ROH sein. Und bei AEW vielleicht eher so in die zweite Reihe dann steppen. Dann habe ich mir gedacht, okay, wen könnte man noch machen, weil in der Fehlaufnahme von gestern hat es Stefan, glaube ich, gesagt, dass Chris Stetlander noch längere Zeit verletzt ist. Oder noch nicht wieder Ringfreigabe hat. Die würde dann theoretisch, wäre sie fit, da auch mit reinpassen. Dann hatte ich ja vorhin schon Jake Cargill ins Spiel gebracht, weil die ja eh um ihren TBS-Titel im Moment eh keine Storys hat und da einfach nur die Jobber wegfrühstückt. Und der letzte Name, der mir noch einfiel, da ist aber das Problem, dass da ja wohl Beef in Rio mit Brit und so besteht, das wäre jetzt dann der Rosa, weil die ja jetzt ihre Verletzung wohl wieder auskuriert hat. Die wäre ja theoretisch fit und wäre so gesehen auch ein AEW Original, was nie bei WWE bisher jetzt über Gebühr angetreten ist. Also, dass man es da zur Kenntnis genommen hätte. Ich glaube nicht, dass die wieder fit ist, weil die ist zwar da, die macht ja den spanischen Kommentar für die Shows, aber ich glaube nicht, dass die fit ist. Weil wenn, dann würde die nicht den Kommentar machen, glaube ich. Okay, aber zumindest soll wohl der Rücken wieder so langsam in Richtung gehen, dass sie dann wieder antreten kann. Ja, dann also von den Optionen, die wir genannt haben, dann wäre Jade wohl die nachvollziehbarste und logischste im Moment von den Konstellationen her. Ja, es wäre mal was Neues für Jade. Ich glaube, so könnte man sie wieder halbwegs interessant machen. Ich mag ja Jade sehr gerne, nur ihre Storyline ist halt seit zwei Jahren, dass sie halt umgeschlagen ist und irgendwelche Jobber besiegt. Von daher, es wird irgendwann ein bisschen alt. Deswegen wäre was Neues hier echt ganz nett, weil die Leute feiern sie ja, die würden sie auch annehmen, diese Rolle. Und man hätte noch ein Champion mit dabei, das heißt, man könnte da auch ein paar Titelmatches aufbauen in Zukunft. Gegen auch mal ein paar größere Gegner, das ist schon ganz cool. Ja, wenn Chris nicht fit ist, dann klar, Jade wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ansonsten fällt mir jetzt auch wirklich keine ein, wie gesagt, keine ein Chris Statlander. Wenn sie fit ist, wäre cool, wenn sie dabei ist, würde ein riesen Pop ziehen, die würde perfekt reinpassen. Ich habe gehört, die soll jetzt langsam wieder am Start sein. Mal sehen, vielleicht kommt's ja. Na, also da soll es ja jetzt erst mal ein Six-Women-Tag-Match geben. Das wäre ja vielleicht als großer Klimax dann für Double or Nothing eine Idee, wenn man es da bringen würde. Die WWE-Outsiderin gegen die AEW Originals. Und vielleicht ist eine Chris bis dahin dann ja auch so weit fit, dass sie dann den Spot einnehmen kann. Oder man baut halt wirklich eine Jade als drittes Original auf. Ja, vielleicht, also ich denke ja eh, das wird in Blood and Guts münden tatsächlich dieses Jahr. Wir hatten ja noch keine Frau in Blood and Guts und ich denke, das hier könnte in die Richtung gehen. Das wird zumindest so in Ansätzen schon aufgebaut. Mal sehen, ob sie 3 gegen 3 machen, vielleicht auch 4 gegen 4. Vielleicht bringen sie da auch Jade mit rein. Ich weiß nicht, Jade Cargo im Planning Guts kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber ja, dann hättest du 4 gegen 4, bringst du noch Athena mit rein bei den Gears. Also da ist ja genug Möglichkeiten, sind ja genug Möglichkeiten da. Ja, genau, Athena ist ja auch WWE, wobei sie natürlich jetzt als ROH Women's Champion im Moment ein bisschen außen vor steht. Ja, die kann ja den Titel verlieren bis dann. Ja, geht doch bei Supercard of Honor gegen Willow, oder nicht? Denke mal. Ja, und da könntest du den Titel an sie droppen und dann bei AEW dieses Programm dann fahren. Mhm, oder du bringst die einfach beide mit rein. Ich meine, Willow kannst du auch mit reinnehmen. Die ist ja auch eine Original. Aber das Problem ist, ja, aber das wäre dann wieder diese Vermischung AEW, ROH, von der wir ja hoffen, dass sie weggehen, damit das klarer voneinander abgegrenzt ist. Das stimmt, ja. Was ja eigentlich auch Tony Khan in irgendeinem Interview gesagt hat, dass er AEW und ROH klar voneinander trennen will. Ja, finde ich auch gut so. Ja, natürlich, also für dieses eine Match könnte man es machen, aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Absolut richtig. Genau. Ja, so viel mehr kann man eigentlich gar nicht mehr zu sagen zu dem Freeway-Match. Wie gesagt, ich hatte auch überhaupt, ich war nicht so gespannt. Ich war auch nicht so, ja, mega drin im Match. Es war solide, es war auch nicht so lang. Es könnte sogar mit das kürzeste Match gewesen sein bei der Show, bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, war jetzt nichts Besonderes. Der Engel danach war eher wichtiger. Wir hatten dann mein Match tatsächlich, auf was ich mich am meisten gefreut habe vor der Show. Ihr habt es schon die letzten Wochen hoffentlich mitbekommen im Podcast. Und zwar hatten wir das Texas-Death-Match zwischen Hangman Adam Page und Jon Moxley. Und ich sag mal so, für alle, die kein Blut mögen, schaut es euch nicht an. Aber die, die nichts dagegen haben, das war ein Texas-Death-Match. Also, ja, das hat, also wenn man es schon macht, dann macht man es richtig. Und sie haben es richtig gemacht. Und ja, Hangman kam übrigens mit neuer Musik raus. Das war ganz cool. Und zwar von Ghost Riders. Ghost Riders in the Sky von The Outlaws. Richtig, richtig cool. Ja, vielleicht behält er den Theme? Ich hoffe mal. Ich fände das cool. Ich meine, er hat jetzt diese, ich sag mal, dunklere Seite von sich gezeigt. Na, ernstere Seite, dass er dann diesen Charakter auch so weiter fortführt. Weil, ich sag mal, der alte Hangman-Charakter, der war auch irgendwo schon auserzählt. Da ist ja nicht mehr sehr viel gekommen. Also, der ist ja eher stagniert. Und das ist jetzt vielleicht dann jetzt kein Gimmick-Komplettwechsel, sondern so eine Evolution. So wie man es ja Jericho immer nachsagt, dass er sich vielleicht eine gewisse Art neu erfunden hat. Und in dem Standing wäre er vielleicht dann für Double on Nothing ein möglicher Herausforderer wieder für MJF. Definitiv. Also, ich sehe ihn da ganz weit vorne mit Adam Cole zum Beispiel. Das ist auch noch jemand, wenn der denn bis dahin wirklich auch so fit ist, dass man das machen kann. Aber das sind so die beiden großen Babyface-Gegner für MJF in Zukunft. Ich denke, auch über den Sommer hinweg. Weil ansonsten, ich weiß nicht, wen man da noch hat als Babyface. Weil Brian ist jetzt raus wahrscheinlich erstmal. Vielleicht kann man den irgendwann später im Jahr nochmal bringen. Aber ansonsten, ich finde, wie gesagt, wir haben Hangman Page, wir haben Adam Cole, wir haben Jack Perry und Ricky Starks. Ich finde, man hat genug. Ja, also, wen man noch reinwerfen könnte, so als nächsten Herausforderer, so für zwischendurch vielleicht bis Double on Nothing hin, wäre, wenn er dann wieder da ist, ein Pack. Das gilt eigentlich immer. Und dem tut das auch nicht weh, wenn er gegen MJF verliert. Oder vielleicht, je nachdem, wie Titel in Anführungsstrichen geiler ist, ein Kenny. Dass der vielleicht dann der nächste große Gegner wird. Und das MJF hat jetzt Brian Danielson besiegt. Hurra, ich habe es richtig rum ausgesprochen. Und hat, ist auch in einer gewissen Art und Weise gegen Jericho overgekommen. Und dann kann er als nächsten großen Namen, kann er Kenny besiegen. In Mox hat er den Titel abgenommen. Also er hat jetzt fast jeden großen Namen in der Company irgendwo auch überholt und besiegt. Und ist jetzt eigentlich der Champion, der sein kann. Ja, das schon. Man muss halt schauen. Ich habe hier also meine Prediction für dieses Jahr. Es waren im ersten Podcast, glaube ich, dieses Jahr, habe ich gesagt, dass MJF den Titel bis Ende nächsten, also bis Ende diesen Jahres, Ende 2023 halten wird. Das heißt, man braucht, laut meinem Booking, bräuchte man ja sehr, sehr viele Babyface Challenger. Und die hat man jetzt, deswegen bin ich guter Dinge. Du hast aber recht, er hat halt schon sehr viele besiegt. Ja, mit Ricky kann man zumindest noch einen Rematch machen. Mit Jack Perry so oder so. Mit Hangman, das ist so ein Match, das würde ich entweder jetzt gleich bringen. Im nächsten Monat oder so im TV. Oder beim nächsten Pay-Per-View. Weil irgendwas, also es kommt darauf an, wie Adam Cole fit ist. Weil ich finde, Adam Cole ist auch jemand für den nächsten Pay-Per-View irgendwie. Vielleicht bringt man erst Hangman bei Double or Nothing und dann Adam Cole bei All Out. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, das werden wir ja, glaube ich, dann hat er, Adam Cole ist ja auch in der Pre-Show aufgetreten. Hat er da nicht irgendwie gesagt, dass er bei irgendeinem Dynamite jetzt demnächst wieder aktiv zurückkehrt? Und da kann man dann ja eine Standortbestimmung, wie man so schön sagt, dann vornehmen und mal gucken, wie weit er ist. Ja, es hieß irgendwie bei All Access, dass das im März losgeht. Ich dachte, das geht jetzt halt diese Woche schon los. Aber ich glaube, was er dann gesagt hat, war es am 29. Also das ist ja dann, ich glaube, in der WrestleMania-Woche. Ja, ja, genau. Also Ende März geht erst diese Show los. Das heißt, Ende März kommt Adam Cole aus soiger Sicht vielleicht, ja, für mich wahrscheinlich dann doch eher Hangman Page beim nächsten Pay-Per-View. Adam Cole dann beim übernächsten um den Title. Das wäre so meine, ja, meine Vorhersage, was das angeht. Aber kommen wir mal wieder zum Match. Ja, wie gesagt, die haben es einfach richtig gemacht. Das war ein Texas-Death-Match. Also vielleicht das Beste, was ich gesehen habe bisher. Ich habe einige bisher gesehen, vor allem mit Jon Moxley. Und beide hatten ja, glaube ich, schon. Ja, Hangman hatte das eine gegen Lance Archer gehabt. Mox hatte auch schon zwei gegen Lance Archer. Und jetzt hier die beiden gegeneinander quasi. Einfach nur brutal. Also wir hatten, Stachetra das ganze Match über. Und Mox am Anfang noch mit der Gabel, à la Abdullah de Butcher. Spießt ja da quasi Hangman erstmal schön in die Stirn und reißt da alles. Also es war, Hangman hat überall geblutet. Mox sowieso. Ich meine, das ist ja klar. Und ja, beide. Also, wie soll ich das sagen? Also Mox hat am Anfang relativ lange dominiert. Und dann kam Hangman immer wieder zurück. Vor allem mit Lariat und so weiter. Dann fliegen beide durch Stühle, Stachetrahtbretter. Also wirklich so viel Brutalität. Und selbst die... Ach nee, das war am Main Event. Nee, der... Seitdem der Tisch war am Main Event. Entschuldigung. Ja, die Fans, die wollten Tische sehen. Die haben gechallt, we want tables. Da denke ich mir, alter, die seit 20 Minuten pillen die sich mit Stachetraht. Und da kommen die amerikanischen Fans und die sagen, we want tables. Alter, hört doch mal auf. Holztische wollen die. Die zerstören sich mit Stachetraht und Stachetrahtbrettern und Stühlen Stachetrahten und hängen ins Haar. Hängt in einem von diesem Stuhl mit Stachetraht fest. Er wickelt sich absichtlich den Stachetraht um sein Bein, was nicht richtig klappen will. Und er es da machen lässt. Na gut, das hat schon funktioniert. Nur er konnte da nicht mehr rausgehen, weil er sich dann festgehangen hat irgendwie. Und dann hat er sich das um seine Hüften gemacht für den Moonsault, den Arihara Moonsault. Also es war wirklich alles dabei, was man sich hätte vorstellen können. Und ja, am Ende gab es dann die Buckshot-Lariat. Und dann noch eine Lariat über das Seil. Und der Hangman macht seinem Spitznamen alle Ehre. Und zwar hängt er Mox mit der Kette, die Mox auch ins Match eingebracht hat, quasi über das Seil und hängt ihn quasi. Und Mox gibt auf, tappt. Und Hangman gewinnt das Ding. Absolut Daumen hoch von mir. Also da ist auch so viel passiert. Ich glaube, die haben auch noch irgendwie Steine benutzt oder so. Ja, es waren Ziegelsteine. Ziegelsteine, da hat Mox die Hand von Hangman zwischengelegt, die Finger, und hat draufgetreten. Und dann gab es auch noch einen Stomp, also den Curbstomp von Tyler Black, Seth Rollins. Auch noch auf den Steinen. Also es war wirklich sehr, sehr viel. Und ja, ich finde diese Regel auch echt cool. Weil es ist mal was, was man nicht so oft sieht. Mit quasi Knockout im Sinne von, ja, Ten-Count und Submission. Das ist eigentlich echt ganz cool. Und ja, die beiden sind dafür perfekt. Ich fand das Match so gut. Es war ein perfektes Ende für diese Fede. Ich habe diese Fede geliebt. Ich fand das Match, was sie hatten bei, wo war das? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. War das in L.A.? Bin mir nicht ganz sicher. Aber jedenfalls das Match, was sie vor dem hier hatten, wo Mox mit dem Crayle gewonnen hat. Und das fand ich das Beste bisher. Und das Match war richtig stark auf einer anderen Ebene. Das war jetzt im Prinzip genau der richtige Abschluss für dich. Genau, ja. Aber Texas Deathmatch kenne ich eigentlich so, dass man vorher noch einen Three-Count erzielen muss. Und dann hat der Gegner 10 Sekunden Zeit. Ja, es sind halt AEW-Regeln, ja. Ja, gut, er hat dem Match jetzt keinen Abbruch getan. War halt ein Hardcore-Last-Match-Sending-Match. So kann man es sagen, ja. Submission-Gruhl. Ja, es war wie bei Blood and Guts quasi so ein bisschen. Also nicht ganz, aber so ähnlich. Doch, bei Blood and Guts ist es, glaube ich, ähnlich. Du hast halt Surrender und Submission, glaube ich. Ja, ja, ganz genau. Also das sind ja die eigentlichen Wargames-Regeln. Nicht so wie WWE das jetzt bei seiner Version macht, dass auf Pinfall zählt. Da zählt nur Referee-Stoppage, Matchstop oder Aufgabe. Ja, hier ist es ja relativ ähnlich. Also wir haben halt hier einen Ten-Count, aber es ist trotzdem quasi ein Knockout. Das ist eigentlich echt cool. Wir haben es nicht so oft bei AEW. Und die beiden waren perfekt dafür. Ich habe das Match geliebt. Das war einfach für mich, ja, also mit dem Trios. Ich meine, das war eh klar. Das Trios-Teile-Match, das Match hier, das waren eh so meine Matches. Und ich war nicht so wegen der Story so gut drin im Main-Event, aber das Match war ja auch nochmal mega stark. Die waren, finde ich, alle auf einem Level. Ja, finde ich auch. Mega, mega stark. Und ja, dann haben wir noch zwei Matches, ja, bis zum Main-Event. Und zwar hatten wir einmal das TNT-Teile-Match. Da gab es auch wieder einen... Ja, wo die guten Dank waren, ne? Da gab es wieder, ja, gab es einen Titelwechsel immer wieder. Das Match war solide. Es war halt schwer für beide. Du hast gerade schon gesagt, ne? Es war nach diesem Boot-Bar. Da kommen die halt mit Wrestling. Es ist halt immer so eine Sache. Das war ja auch der Kritikpunkt von Danielson, warum der halt im Open da stehen wollte, weil wie wollen wir 60 Minuten wrestlen, wenn vorher Texas Def kommt und keine Ahnung sonst was für Spots und ja, mit dem Tag-Title-Match und dem Trios-Title-Match. Das wird halt schwierig, ne? Wenn da halt so viel Action vorher schon kommt. Aber gut, das haben sie tatsächlich hinbekommen. Und diese Match hier, die haben es nicht so hinbekommen. Aber das, ja gut, ist auch schwer möglich. Ich meine, das sind jetzt nicht zwei Leute, die... sind so auch so vom vorherigen Match so leer. Ja. Vielleicht hätten sie das Tag-Team-Fourway und das TNT-Titel-Match tauschen sollen noch in der Position. Dann hätten Wardlow und Samoa Joe vielleicht wieder ein bisschen mehr Effort bekommen. Na, also ein bisschen mehr Response von den Fans. Und ich glaube, beim Four-Way, der Tag-Team-Star, wäre es jetzt nicht traurig gewesen, wenn es da ein bisschen ruhiger gewesen wäre. Finde ich jetzt. Aber ich glaube, die hätten es eher noch hinbekommen, weil die haben ja jetzt sehr viel Comedy mit reingepackt. Da kam der Bang ja, aber erst nach dem Match. Ja, Wardlow gewinnt das Ganze mit einem Joke, was ungewöhnlich war. Fans haben es auch nicht so erwartet. Die waren gar nicht bereit für das, finde ich. Aber Wardlow gewinnt und grüßt sich seine TNT-Teile zurück. Für mich auch die richtige Entscheidung, was die Storyline angeht, weil... Ja, was wäre das jetzt für ein Rematch, wenn der jetzt auf einmal verliert? Dann hättest du den auch komplett begraben können. An sich, man merkt aber schon, Wardlow... Ich fand jetzt, wie man die Fede nochmal umgedreht hat, gut mit der Story über seinen Vater und mit dem Angle, mit dem Haare abschneiden und so. Das war schon ganz cool. Nur ich merke schon, oder jeder hat hoffentlich gemerkt, bei dem Pay-Per-View, als er rauskam, Wardlow war relativ tot. Klar, es lag vielleicht auch im Match davor, aber die sind nicht mehr so heiß für Wardlow. Und Joe war eh aus der Region, aus Kalifornien, von daher war der eben ja over. Und ich weiß nicht. Also es wird auch schwierig dann gegen Hobbs am Mittwoch, weil der kommt ja auch aus der Gegend. Wir sind ja in Sacramento am Mittwoch bei Dynamite. Von daher, ich glaube, da können wir auch mit einer Crowd-Reaktion, die eher gegen Wardlow geht, rechnen. Und vielleicht, wenn er dann den Titel wieder verliert, das wäre eigentlich ein perfekter Punkt für einen Heal-Turn, weil wenn du innerhalb von drei Tagen den Titel verlierst, dann komm mal. Ja. Wäre was. Und Samoa Joe hat man hier jetzt im Finish auch dahingehend geschützt. Er war ja in diesem Choke drin und ist einfach eingeschlafen. Er hat nicht aufgegeben, er ist eingeschlafen. Und der Referee hat das Match dann gestoppt. Sozusagen technischen K.O. entschieden. Weil Joe ist ja auch noch RH-TV-Champion und das wäre vielleicht, wenn er hier jetzt abgeklopft hätte, für seine Reputation auch ein bisschen blöd gewesen. Aber so ist man... Ach ja, ich glaube nicht. Joe, ist das wie bei Jericho oder sowas? Oder wie bei Danielson? Joe ist das Joe, ne? Naja, es sind einfach Legenden. Ich meine, das ist einfach so. Jeder kennt die. Die haben schon gegen jeden verloren, gegen jeden gewonnen. Das ist relativ egal. Weil die kannst du besiegen, wie du möchtest. Er kommt halt trotzdem raus und die Fans chänden Joe, Joe, Joe. Und der killt halt Leute. Der braucht ein Match, in dem er wieder Leute killt. Und dann war es das. Also von daher ist es schon okay. Aber ein Fehler war es jetzt nicht, dieses Ende so zu wählen. Nein, auf keinen Fall. Ein Choke ist mal was anderes. Klar, die Fans waren nicht so bereit dafür. Aber finde ich ganz okay, dass Wardlow auch mal via Submission gewinnen kann. Das ist auch mal wichtig. Und vielleicht wird das auch ein Near-Fall gegen Hobbs dann am Mittwoch. Denn der war ja hier auch in der Skybox, sag ich jetzt mal. Hat sich das Ganze angeschaut. Es gab auch bei der Pressekonferenz noch eine Konfrontation. Ja, die beiden werden das Match haben am Mittwoch. Es ist ein sehr interessantes Match, weil ich glaube, viele Leute denken sich, ja, Wardlow hat jetzt erst den Titel zurückgewonnen. Verliert er den jetzt gleich wieder. Aber Hobbs müsste eigentlich auch gewinnen, weil das würde halt sein Momentum wieder killen. Das wäre auch nicht so schön. Macht man jetzt einen erneuten Titelwechsel am Mittwoch? Ich bin ja tatsächlich dafür, weil, ja, letztes Jahr haben sie ja schon das gemacht, dass Wardlow verloren hat. mit dem Revolution-Adder-Match-Sieg damals gegen Scorpio Sky. Von daher, ich finde, Hobbs muss eigentlich gewinnen, normalerweise. Ja, finde ich auch. Weil er hat jetzt von den beiden im Moment eher das Momentum. Ja, ja. Weil er war jetzt eine ganze Zeit weg. Dann sind diese ganzen Videos da aus seiner Hood gekommen. und er hat vom Book of Hobbs erzählt und so. Er ist unverbraucht. Wardlow haben wir jetzt ziemlich lange gesehen und haben gemerkt, ich sag mal, seitdem er von MJF weg ist, hat es dann leidlich geklappt. Und irgendwann wurde er dann nicht, also er ist aber jetzt nicht so durchgestartet, wie man es sich erhofft hat. Und Hobbs ist jetzt halt der heißere Kandidat, kann den Titel eher gebrauchen. Und so wie du sagst, dann Wardlow, der kann dann durchdrehen, Heal werden und da dann vielleicht neue Höhen erreichen. Ja, definitiv. Das ist genauso wie bei Jungle Boy und Orange Cassidy, finde ich, dieses Szenario. Weil, ja, man muss das Match nicht springen oder man muss, man kann Orange Cassidy auch verteidigen lassen zum Beispiel. Aber momentan ist einfach das Momentum bei Jungle Boy und der sollte jetzt langsam da mal anfangen. Genauso ist es bei Hobbs. Die müssen langsam mit den neuen Leuten was machen. Das mit Wardlow, ja, der wurde halt scheiße gebuckt. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, der wurde mit dem TNT-Title-Rain, das wurde halt einfach scheiße gebuckt, weil das hat nicht funktioniert auf Dauer. Das ist wie bei Jade, das ist wie bei Hook. Das funktioniert für eine gewisse Zeit, aber du kannst es nicht bei drei Leuten gleichzeitig machen. Dieser Streak, dass die halt nur squashen und einen Titel haben und keiner kann irgendwie Heat generieren gegen die, das ist irgendwie Rotz. Ja, das ist die Sache, die Aktiven, die Athleten, die sind da in der Regel am wenigsten dran schuld, wenn sowas in die Hose geht. Ja, weil der liefert ja trotzdem ab. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Wardlow nicht abliefert oder so. Der macht ja seinen Job richtig gut. Und ich hoffe auch dafür ihn, weil der ist ja trotzdem noch jemand, der irgendwann bestimmt mal Richtung Wardtide gehen wird. Da hat man ja auch noch was vielleicht mit MJF offen. Mal sehen. Der hat ihn ja weggescorespricht letztes Jahr im Mai. Also da, das hat man auch angesprochen bei der Pressekonferenz. Da war er auch am Start, eben nachdem Hobbs ihn konfrontiert hat und wurde ja auch gefragt, wie es aussieht. Max hat ja gegen ihn quasi verloren letztes Jahr. Von daher, ja, wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja, mal sehen. Ich tippe auf tatsächlich Powerhouse Hobbs. Der hat ja das Leathermatch gewonnen am Mittwoch bei Dynamite. Da können wir nochmal kurz drauf eingehen. Und ich fand, es war, wie gesagt, ich fand die Show jetzt nicht so überragend. Ich fand, es gab drei Highlights. Das war einmal das Orange Cassidy gegen Big Bill, All-Identic-Tidal-Match. Die John Moxley-Promo gleich danach, die war überragend. Und das Face of the Revolution-Leather-Match. Und da hatten wir ein Debüt, und zwar Commander. Das war ganz cool. Der ist ja auch beim Karate. Mega witzig. Ja, kannst du sehen, ne? Ja, das Match war absolut crazy. Das war richtig verrückt einfach, was die da gemacht haben. Das Bild am Ende, wenn Hobbs oben mit dem Brass Ring triumphiert und unten drum müssen die Refs die Leiter sichern, weil die vorher so verbogen war, dass sie eigentlich gar nicht mehr richtig zu gebrauchen wäre. Ja. Und er dann irgendwie so Angst hat, da wieder runterzug. Oh ja, ich hatte auch Angst. Der stand da ewig oben, hat überlegt, wie komme ich jetzt hier wieder runter, ne? Meine Güte. Ja, das war für ihn auch bestimmt nicht so geil. Aber er hat das Ding gewonnen. War auch der Favorit in dem Match. Ich habe das gar nicht so bedacht, dass die ja in seiner Heimat sind vor dem Match. Weil ich habe gedacht, ja gut, Takeshda oder Hobbs wird es wahrscheinlich nicht werden, weil ansonsten, wen willst du von den anderen da nehmen? Die haben jetzt nicht so das Momentum oder irgendwas Neues. Ja. Und ja, Hobbs war die richtige Entscheidung für die Crowd. Wird auch nächste Woche eine richtige Entscheidung sein, ihn da zumindest schon mal ins Titel-Match zu stellen. Ob er jetzt dann gewinnt, AEW macht es ja normalerweise, dass sie diesen Leuten in ihrer Heimat dann den Moment geben. Ich denke, das wird auch passieren. Und ja. Da sehen wir vielleicht wieder einen TNT-Champion, wieder einen neuen TNT-Champion. Und warum nicht? Ich finde, dieser Titel kann sowieso öfter mal wechseln. Das finde ich auch ganz gut. Das würde auch den Titel echt mal etablieren. Hey, der kann auch mal eine Woche später wechseln oder ein paar Tage später. Ist ja alles kein Problem. Und ja, man geht mit dem, der am meisten Momentum hat. Ja, was man apropos Momentum und Momentum behalten und mit den Leuten gehen, die am meisten Momentum haben, das hat man hier in dem nächsten Match überhaupt nicht gemacht. Wir haben das 4-Way-Tag-Team-Title-Match gehabt hier im Co-Man-Event, im Semi-Final quasi. Die Guns, die verteidigenden Champions gegen die Acclaimed, die ehemaligen Champions, Triple J, Jeff Jarrett und Jay Lethal und ja, wie heißen sie? I don't care, Best Friends. Ich weiß es nicht. Orange Cassidy, den All-Atlantic-Champion und Dan Housen. Ja. Ich meine, ich habe ja schon meine Sache gesagt zu diesem ganzen Thema. Mich hat das Mensch nur interessiert, weil die haben mich mit der mit dem mit der Ankündigung, dass sie ein 4-Way machen anstatt die Acclaimed gegen die Guns im Rematch haben sie mich komplett rausgeholt aus der Story. Also das war halt komplett behindert auch mit den zwei Battle Royals, die auch nicht wirklich gut waren. Gerade die letzte am Mittwoch, die war ja ein richtiger Rotz eigentlich. Ja und ich sag mal so, bei den Battle Royals noch nicht mal so klangvolle Namen wie die Bugs oder die Lucha Bros mit reingesetzt, die hätte man ja in so einer Battle Royale problemlos dann auch ausscheiden lassen können, aber das hat ja von den Namen her besser gewirkt. Das war so wie Rudis Restaurant und die Krönung war ja noch Battle Royale 1, die Sieger qualifizieren sich für das 4-Way und dann treten die, die nicht gewonnen haben, nochmal in der zweiten Battle Royale um den zweiten Spot an. Das fand ich irgendwie ein bisschen, naja. Ja. Und das, wie ihr Clint jetzt nicht in so einem 4-Way sich die Titel zurückholen, das war mir auch klar, also war es eigentlich abzusehen, dass die Gun-Brüder die Titel verteidigen, was sie auch am Ende getan haben. Absolut. Ja, das Match war aber trotzdem sehr unterhaltsam, also das war ja irgendwo klar, ich meine, man lehnt sich einfach zurück bei diesem Match, weil es wird sehr viel unterhaltsam, was passieren, gerade mit Orange Cassidy und Dan Housen, Jeff Jarrett ist ja da ein perfekter Heal auch dafür, genauso wie Jane Liefel, das passt ja auch, die Guns sind auch super, wie nennt man es, Punching-Bags, weil die halt einfach so cool pumpen, jedes Mal, was kommt von den Faces, das war auch nice. Also, das Wrestling war ja auch richtig gut in dem Match, aber wie gesagt, von der Story her, also wer da interessiert ist, ich weiß nicht wie, tut mir leid. man hatte auch die Spots mit Sanjay Dutt, Sundnam Singh und Billy Gunn, die hatten alle ihren Moment. Ja, ich weiß nicht, ich bin da halt kein Fan von, es ist ein 4-Way-Match, es sind zwei legale Leute, aber trotzdem kommen da irgendwelche Leute von draußen rein in den Ring und machen Spots. Bin ich einfach kein Fan von. Ja, keine Ahnung. Die Guns verteidigen nach dem, es sah aus wie ein 3D, ich weiß nicht wie der heißt bei denen, bestimmt irgendwie anders, und dann gab es noch eine kurze Promo und FTAs Musik, FTAs Musik, wie auch immer, ertönt und ja, die beiden kommen heraus tatsächlich. FTA ist wieder zurück und gehen gegen die Guns um die AW Tag Team Titles. Ja, an sich cool, haben anscheinend auch Langzeitverträge unterzeichnet, so wie man, wenn man den Berichten glauben mag, aber da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, sind wieder da und ich weiß nicht, ob das jetzt so das, also legt man jetzt quasi die Acclaimed Story komplett auf Eis oder das ist ja komplett random. ja, also es ist natürlich jetzt die Frage, wer hat Scheiße für die Acclaimed, ne, also erstmal vielleicht jetzt eher dann ganz und Acclaimed zu Ende erzählen, nicht, und ich sag mal, FTA haben ja nur ihre, ihren, ihren Willen bekundet, Champions zu werden, ich sag mal, denen ist das wahrscheinlich ziemlich egal, wem sie die Titel abnehmen, lass doch bis Double or Nothing zum Beispiel Acclaimed wieder Champions werden und dann gibt's bei Double or Nothing das große Titel Match Acclaimed gegen FTA und das wäre doch in der Pay-Per-View-Card würdig. Hm, ja, ich weiß nicht. Ich find's an sich cool, dass FTA wieder da ist und, ähm, ja, um die Tag-Team-Teile es geht, es ist ja auch alles irgendwo logisch, wenn die Gans haben die ja besiegt, FTA hat alle Titel verloren, waren verletzt, haben sich das ganze Jahr quasi gekillt, äh, in jedem Tag-Team-Teile-Match hatten so viele tolle Tag-Teile-Match letztes Jahr gehabt, ich glaube insgesamt fünf an der Zahl, die überragend waren, äh, ja, das auch gegen die Acclaimed war ja auch richtig gut bei Dynamite, also kann man fast schon sagen, sechs Tag-Team-Teile-Matches, dazu noch das bei WrestleKingdom, was auch richtig gut war, was sie da hatten, also, ähm, jetzt haben sie sich wieder erholt, sind wieder da, ja, du sagst Acclaimed gegen FTA ja schon, aber mir geht's halt mehr um die Story mit den Guns und Billy Gunn, weil das hat man jetzt durch das 4-Way irgendwie auf Eis gelegt und was man auch für ein 4-Way da gemacht hat, ne, also, Toni Kahn, was ging da im Kopf vor? Ich, gucke ein 4-Way-Tag-Team-Teile-Match mit den Gunn, wo das Gimmick ist, dass die, ja, unverdientesten Champions sind, die Acclaimed, die das overste Gimmick haben, aber komplett lächerlich sind eigentlich vom, ne, vom Gimmick her, Triple J, die schon zweimal verloren haben mit den Tag-Team-Titles und eigentlich auch mehr oder weniger fast schon eine Art Comedy-Gimmick sind, fast schon, und die Best Friends mit Orange Cassidy und Dan Housen. Ich meine, das schreit ja nach. Ja, come on. Ich bucke einfach das mit. Das ist einfach egal. FTA bringen wir danach, das reicht, so ungefähr. Weiß ich jetzt nicht, ob das so toll war, aber an sich, wie gesagt, FTA gegen Gunn ist okay. Ich weiß nicht, was halt jetzt mit die Acclaimed passiert. Das ist halt so die Sache. die sind das oberste Team, was sie haben. Hm, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, das Sesame-Shirt ist Topseller bei den Merchandise-Sachen, ne? Ja, genau. Also, ich hoffe mal, das schadet denen nicht zu sehr, wenn die jetzt erstmal raus sind aus dem Titelgeschehen. Es kommt halt drauf an, wenn sie eine andere Fede jetzt haben, dann ist es alles okay. Wir kriegen ein anderes hier Team, aber, boah, also, ich finde, die hätten das erst zu Ende erzählen sollen und dann FTA zurückbringen sollen, weil, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so wunderbar ist. Aber gut, kommen wir zum Main-Event dieser Show. Ich habe, also, ich habe jetzt auf dem Handy mir die Notizen dazu gemacht und es ist quasi mein kompletter Screen. Voll, das Match passt perfekt rein. MJF verteidigt seinen AEW-World-Title gegen Brian Dengelton in einem 60-minütigen Ironman-Match. Wow, einfach nur wow, sage ich schon mal dazu. Das war, also, vom Pacing her überragend, vom Wrestling, vom Work her von beiden überragend. Ich, also, man kann es gar nicht in Worte fassen, ich will es gar nicht so in die Länge ziehen, aber, boah, das war, also, es war vielleicht mit das beste Ironman-Match, was ich je gesehen habe, weil, also, nenn mir ein Ironman-Match, 60 Minuten, was so gut war, vom Pacing, vom Wrestling, von der Story, mit vielen möglichen, man hat ja alles mit reingenommen, man hat die Queue mit reingenommen, man hat Flash-Pins reingenommen, man hat Cap-Outs gehabt, man hat, ähm, einen Spot nach draußen gehabt, man hat Count-Out, Teases zumindest gehabt, also, und die Crowds war so gut noch am Ende drin, die letzten 5 Minuten, da ging es dann nochmal richtig ab, das war so gut, einfach gerestet, von beiden, ähm, mega, mega stark, fandst du das auch so? Äh, wie du vorhin schon gesagt hattest, also, äh, neben dem, äh, Texas Deathmatch und dem, äh, Trios Championship Match, das Match des Abends, und, äh, was ich, äh, richtig gut fand, war, dass sie jetzt, äh, mit den Pinfalls nicht gespart haben, es gibt ja auch Deathmatche, äh, Entschuldigung, Deathmatches, es gibt ja auch Ironman Matches, die dann am Ende irgendwie 1 zu 0 enden, oder so, äh, und, und so hast du echt gehabt, oh, jetzt liegt der wieder in Führung, jetzt muss der Gegner dann aber zusehen, äh, das, also das Storytelling war von A bis Z, äh, äh, super, und, äh, MJF ist einfach an dem Ding wieder ein Stückchen mehr gewachsen, hat gewiesen, dass er sowas halt auch kann, das hat ihm Brian Danielson ja vorher in der Feder auch ein bisschen abgesprochen, dass er sowas halt noch nie hat durchstehen müssen, und jetzt, äh, hat er tatsächlich, äh, Danielson am Ende zum Tappen gebracht. Das stimmt, ja, nach 66 Minuten, es ging in die Overtime, ins Sudden Death, aber ja, ich finde trotzdem, man könnte ein Rematch machen, irgendwann, weil Brian hat den ersten Vorwärter nämlich geholt, es stand 1 zu 0, nachdem Bysaikoni, es war nach 25 Minuten der erste Vorwärter, es war relativ lang, aber ich finde, das passt auch, es ist von der Story halt wieder genial, weil, man könnte theoretisch ein Rematch machen, und, es war, nach 25 Minuten, so wäre ja auch ein normales Main Event Match gegangen, ne, wenn es jetzt ein Finish gewesen wäre, ein Normalfall, so ungefähr, von daher ist das auch relativ normal, danach gab es aber einen Low Blow, und dann gab es einen DQ, und Max hat dann zweimal Brian gepinnt, relativ schnell nacheinander, weil es gab keine Pausen zwischen den Vs, das hat man auch vorher klar gemacht, und man hat es nicht announced, glaube ich, in der Arena, aber man hat es dann halt auf diesem Scoreboard, also an dem, an der Video Wall, an der Video Wall, ist eigentlich auch ein englisches Wort, ich versuche die ganze Zeit irgendwie deutsche Wörter dafür zu finden, aber, ja, an dem Scoreboard hat man das halt gesehen, wie, Punkte stand, je nachdem, ähm, dass es eben 2 zu 2 auf einmal stand, das war eigentlich auch ganz witzig, an der Anzeige, an der Anzeige, ah, genau, an der Anzeigetage, ja, genau, so sieht es aus, ähm, ja, es war schon, selbst nach 30 Minuten, einfach überragend, es hat sich nicht angefühlt wie 30 Minuten, ähm, ich fand die Story auch super, dass beide auf, jeweils andere Körperteile gegangen sind, MJF geht natürlich auf die Schulter, die er ja schon, versucht hat, durch andere Parteien, sage ich jetzt mal, ähm, zu zerstören in den letzten 2 Monaten, und das war logisch, Brian geht aufs Knie, ähm, da hat sich MJF mehrmals ja auch ein bisschen, äh, ja, einfach, ja, verletzt bei irgendwelchen, äh, Dives oder bei irgendwelchen, ähm, Jumps, also irgendwas, keine Ahnung, ist er mal unglücklich aufgekommen, das hat Brian ausgenutzt, das war ja auch schon die Stories in einigen vorherigen Matches bei MJF, dass er immer irgendwas am Knie hat, das hat er auch auf der Pressekonferenz gesagt, der hat anscheinend mal beim Football spielen, ähm, in seiner Vor-Wrestling-Zeit, ähm, ähm, eine, ich glaube, ein Meniskus-Riss oder sowas, oder Meniskus-Anriss, und seitdem war sein Knie halt nicht mehr dasselbe irgendwie, und, äh, ja, spielt man also auch ein bisschen mit rein, äh, dann gab es ein Elbow durch den Tisch von Max, vom Top Rope, das war auch, okay, kann man mal machen, ähm, Max hat dann die dritten Fall geholt, meine ich, nach einem Tombstone auf diesen, diese Tischreste außerhalb, da gab es dann auch Blut für Danielson, und dann hat er ihm den Ring genommen, und dann gab es den, Heatsieker-Piordriver, halt zum Finish, ähm, beziehungsweise zum dritten Fall für Max, der hat dann geführt, und dann, ähm, ja, später tappt dann noch Max im Lobel-Log aus, zum Ausgleich für Danielson, und dann ging es nochmal, dann kam dieser Call, das Announcement für die letzten fünf Minuten, und dann stehen die beiden nochmal auf, und geben sich, und die Crowd kommt rein, die beiden sind so überragend, die sind so überragend. Vor allem entscheidend, Max Willm braucht Sauerstoff, weil er nicht mehr kann, ne, das wird ja für die Verlängerung dann nochmal wichtig, ähm, wird dann mit einer Sauerstoffflasche dann behandelt, und Toni, äh, Ciavoni bekommt am Kommentar einen Call, in bester Winz-Panier von hinten von Toni Kahn, das darf nicht unentschieden enden, Sundance, du sagst jetzt Bescheid. Na, also, äh, das war auch großartig. Ja, das ist die letzten fünf Minuten allgemein, das war nochmal, ich hätte, das wollte ich nochmal ansprechen, und die hatten halt, ich sag mal, von Minute 40, 45, bis, ich sag mal, Minute 55, war es halt echt ein bisschen Leerlauf, ein bisschen, ne, da ist nicht so mega viel passiert, fand ich, ähm, aber dann, die letzten fünf Minuten, dann gab es den Call, ja, five minutes left, und die beiden stehen auf und geben sich nochmal, die Crowd steht auf, es gibt Standing Ovations, das war, boah, also, hätte ich nie gedacht, dass die Crowd am Ende dieser Show nochmal so drin ist, für das Ende dieses Matches, und, äh, ja, es stand 3 zu 3, und, Brian hat ihn dann in der Submission, ich glaube, die letzten 90 Sekunden lang, und in dieser Half-Crap, und MJF tappt aber nicht, er beißt sich in die Finger, in die Faust, er tappt nicht, am Ende läuft die Zeit runter, und bei 0, 0, 0, tappt er dann aus, ähm, einfach nur, einfach nur überragend, einfach nur überragend, ähm, und, ja, dann hast du schon gesagt, ähm, dann gab es das Announcement, also, erst mal gab es das Announcement eines Unentschiedens, eines Draws, ja, man wusste, glaube ich, was man damit macht, die Fans haben es ja nicht gefeiert, es gab Bullshit-Chants, und so weiter, ähm, ja, und Buchrufe, es ist, es ist aber keiner gegangen, weil ich glaube, die meisten wussten, es wird nicht das Ende sein, ähm, und, ja, dann, wie du schon gesagt hast, es gab die Ankündigung von Tony Khan, dass es eben weitergeht, Sudden Lap, und, äh, ja, MJF wird mit Sauerstoffgerät versorgt, das war, ich habe schon gedacht, das war mega cool, Brian Danielson macht irgendwie, ne, Humple Manor irgendwie in der Ecke geführt, der will weitermachen, und MJF liegt im Ring und wird da versorgt, das war richtig cool, es ist aber auch wichtig anzumerken, denn dieses, diese Sauerstoffflasche hat noch einen Sinn gehabt, in ein paar Minuten, denn, ähm, ja, die hatten nochmal ein Match für sechs Minuten, mit tollen Nearfalls und tollen Kontern, ich glaube, dann hat MJF auch nochmal in einem, war das nochmal die Half-Crap, ich glaube schon, und dann hat MJF quasi auch wieder getappt, aber er hatte den Finger am Seil gehabt, es war auch wieder überragend. Ja, gleichzeitig, mit der einen Hand hat er den kleinen Finger auf dem Seil, mit der anderen hat er getappt, und, äh, Seil-Break, oder Rope-Break geht vor. Genau, und Brian hat halt nur den Tap gehört, weil er logischerweise mit dem Rücken zum MJF war, in dem Half-Crap, und, ähm, hat gedacht, der, ja, er hat gewonnen, und dann hat Price ihm das gesagt, und Brian geht dann quasi, ja, nicht neben, aber quasi ins Seil, und MJF saß unten, hat die Sauerstoffflasche sich genommen, hat den dann eine drüber gezogen, Brian war draußen, MJF hat doch gecheatet am Ende, und es gab den, den LeBell-Lock von MJF, und Brian feuert sich erst nochmal hoch, und dann, ja, reichst es nicht mehr, dann gibt es sogar den Tap-Out, und MJF verteilt den Titel nach, ich glaube, 55 Minuten und 20 Sekunden oder so, äh, 65 Minuten und 20 Sekunden, einfach nur, ein, ein mega, mega Match, holy shit. und was ist das für eine Auszeichnung für MJF, dass er seinen Gegner mit dessen eigenem Finisher besiegt? ja, das, ähm, haut nochmal ein bisschen was in die Wunde rein, auf jeden Fall, äh, ja, und in Storyline, muss man einfach sagen, in der Storyline ist MJF jetzt hoffentlich auch, ich bringe mal das auch mehr over, jetzt kann er wirklich sagen, er ist der beste Wrestler, weil, das war ja so die Story, oder? also das war ja so meine Auffassung dieser Story, dass er nicht der beste Wrestler ist, dass er erstmal 60 Minuten mit Brian Danielson gehen kann, um das zu, ähm, zu beweisen, und das hat er geschafft, und er hat ihn nicht nur 60 Minuten ausgehalten, sondern er hat ihn dann sogar nach danach noch besiegt, also, ich weiß nicht, also MJF in Storyline, man hat jetzt alles damit dafür getan, Brian Danielson hat auch in dem Match alles dafür getan, dass MJF als der krasseste Wrestler dargestellt wird, also, Brian hat ihn so overgebracht, weil er hat ihn ja zweimal oder dreimal in diesen Submissions gehabt, und er hat nie getappt, also einmal hat er getappt, glaube ich, aber, ähm, die letzten beiden Male hat er nicht getappt, und hat's, hat's immer noch ins Roadbreak geschafft, oder hat die Zeit auslaufen lassen, also, man hat schon sehr, sehr viel dafür getan, dass MJF hier als der Mega-Champion dargestellt wird, und, ähm, das war sehr, sehr gut, mir hat's sehr, sehr gut gefallen, ähm, für mich auch mit den anderen beiden Matchen, die du schon gesagt hast, ähm, ja, die teilen sich so das Match of the Night, quasi, ich will mich jetzt nicht entscheiden, äh, aber, ja, boah, also das war, also in Storyline ist MJF jetzt der beste Wrestler in AEW, easy. auf jeden Fall, also, er ist da unglaublich dran gewachsen, und ich bin, äh, jetzt kann, äh, Brian, ja, erst mal ein bisschen zurücktreten, oder jetzt zum Beispiel, weil Mox ja halt auch verloren hat, der jetzt vielleicht endlich seine Auszeit nehmen kann, äh, die er ja durch die Punk-Verletzung letztes Jahr abgeblasen hat, und dann könnte Brian jetzt sich wieder näher an den BCC, äh, stellen, hin, ne, weil da hat er ja in den letzten Wochen auch ein bisschen so abseits gestanden, über der Persona William Regal, ähm, und kann den jetzt da dann wieder den Wiedermachen und mit Claudio und Wheeler wieder ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Und dann irgendwann ist vielleicht auch ein Forbidden-Door 2 vor der Tür, und, äh, da haben wir ja letztes Jahr ein Match nicht bekommen, weil Brian verletzt war. Ja, ich glaube nicht, dass, äh, aufbauen, naja, weil zum Beispiel, äh, hat ja, äh, äh, Zack Saber bei, äh, Welche Show war das jetzt zuletzt, wo er angetreten ist, seinen Titel verteidigt hat? Also bei einigen. Ja, ja, na, äh, ich bin gerade am überlegen, ich hab das doch gesehen. Ja, der hat, also du meinst, wo er Brian erwähnt hat. Ja, das war bei Ring of Honor. Ja, meine ich, ja, meine ich, ja. Na, bei der, äh, Weekly-Premiere, na, bei der ersten Weekly, da hat er ja seinen Titel gegen Black Christian verteidigt, auch ein sehr gutes Match im Übrigen, finde ich, äh, und da hat er ja die Geschichte um den Best, äh, Wrestler in the World, äh, auch nochmal, oder besten technischen Wrestler in the World auch nochmal aufgebracht und auch Brian nochmal genannt. Na, also vergessen hat er ihn auf jeden Fall nicht. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht, aber, ja, er hat ja noch ein bisschen Zeit, ich glaube, es ist dann wieder im Juni, ich glaube, Ende Juni wird wieder der Forbidden Door Pay-Per-View passieren dieses Jahr. Ja, ähm, hm, Brian Danielson, ich glaube, der wird jetzt erstmal raus sein, vielleicht, für ne, ich hab ja die Idee gehabt, dass er jetzt wirklich nach dem Match hier rauskommt bei Dynamite dann und sagt, hey, MJF, du bist zwar immer noch ein absolutes Piece of Shit, ne, und so weiter, Asshole, was auch immer dann für eine Beleidigung kommt, aber hey, du hast 60 Minuten ausgehalten, du hast den World Title immer noch, hast mich zum Tappen gebracht, also, dass Brian ihn halt nochmal overbringt am Mikrofon, weil ich glaube, das könnte in Storyline halt helfen, weil, nicht, dass es jetzt Brian irgendwie schädigt oder so, aber, es geht ja darum, die jungen Leute overzubringen, und ich finde, der MJF als World Champion, ich glaube, viele Leute, das hat er auch in der Pressekonferenz gesagt, da war er als erstes da und hat auch wieder gegen jeden geschossen, tatsächlich bei dieser Show, also bei dieser Pressekonferenz, MJF hat es auch gemeint, ja, alle sagen immer nach, vor jedem Pay-Per-View, hey, der kann nur am Mikrofon, der kann nur am Mikrofon, dann kommt der Pay-Per-View, dann zeigt er ein mega Match, ja, er kann doch nicht nur am Mikrofon, er kann auch im Ring was, jetzt, dann geht es wieder los, wieder und wieder, und jetzt, er hat halt gehofft, dass dieses Match jetzt mal, endlich mal dieser letzte Punkt war, wo Leute mal aufhören zu sagen, der kann nur was am Mikrofon, also, ja, ich denke mal, es gibt immer noch Leute, die das machen, aber, ich meine, wir wissen es ja schon seit, seit längerem, ich denke mal, seitdem, was hatte der da für ein Match gehabt, war das gegen Jungle Boy, glaube ich, seitdem wussten wir, dass das da gehen kann, jetzt macht er solche Matches auch noch im Main Event um den Title, also, die Matches, die er hatte, also gegen Jericho, gegen Dabi, gegen Jungle Boy, gegen Ricky Starks, gegen Takesh Targets, gegen Danielson, gegen Punk, das waren ja überragende Matches, also, wer da irgendwas dagegen sagt, den verstehe ich einfach nicht, und das Match war auf jeden Fall, finde ich, seine beste Performance bisher, bei AEW, ich glaube, da, stimmen wir vielleicht auch einige zu, äh, einen besseren Main Event kriegst du kaum, also, ob es jetzt Iron Man Match ist oder nicht, du kriegst kaum besseren Main Events, es war ein absoluter Klassiker, eines der besten Matches, in der Geschichte von AEW, beim Pay-Per-View, muss man einfach sagen, eines der erinnerungswürdigsten vielleicht auch, weil es war nun mal ein Iron Man Match, und es war das erste, beim Pay-Per-View, um den Title, wird auch nicht mehr so oft, oder so, so, wie sagen wir, so bald passieren, und, äh, ja, Max, Max, wie auch immer, Max MJF, hat viele potenzielle Challenger jetzt, ne, wir haben es ja schon aufgezählt, Ricky Starks, Jungle Boy, Hangman Page, Bryan Danielson Rematch eventuell, ähm, Kenny Omega, also, man hat so viele Leute, ich freue mich, ich hoffe, man trifft die richtige Entscheidung, wen man dann jetzt dagegen stellt in Zukunft. Das hoffe ich auch, aber, wie du eben schon sagtest, egal, wer, wen er jetzt vor die Flinte bekommt, es werden gute Matches werden, mindestens. Ja, sowieso, ne, ich war halt nicht so in der Story drin, das habe ich auch schon die letzten Wochen gesagt, also gerade so seit, seit Januar, ich meine, Bryan hatte immer diese tollen Matches gehabt, gegen die ganzen, ähm, ja, Henchmen von MJF, ne, in Anführungszeichen, die ganzen Gegner, die er halt eben vorgesetzt hat, aber von der Storyline war ich halt nicht so drin, weil, ich habe immer die Kritik gehabt, es ging nicht wirklich immer um den World Title, es ging darum, MJF hat jede Woche einen anderen Grund, dass er Bryan Danielson hasst, und, es geht darum, kann Daniel, kann MJF 60 Minuten gehen, gegen Danielson, das ist, das hättest du auch ohne Titel machen können, diese Storyline, aber, an sich, trotzdem, ähm, die haben abgerissen, mega, mega Main Event, äh, die Show hat sich echt gut schauen lassen, ähm, ja, mir hat das super gefallen, war eine sehr gute Show, ein sehr, ein großes Upgrade, fand ich vom Gefühl her, gegenüber den letzten beiden Pay-Per-Views, und, äh, gerade mit diesem Main Event, mit diesem Texas Death, ähm, vielleicht auch das Trios Match, obwohl das vielleicht am Ende etwas untergehen könnte, weil es hat halt nicht diesen Mega-Aufbau gehabt, aber, mit den drei Matches, also bestimmt einer der besten Shows, von AEW bisher. Da haben sie sich, für dieses Jahr, auf jeden Fall eine Marke gesetzt, und dann, dass wir mal schauen, ob sie da, dann mit Double or Nothing wieder rankommen. Ja, mal schauen, das wird, genau, auch die Länge, dass es jetzt nicht mal so Überlänge hatte, wie sonst immer, dass man es, äh, gut weggucken konnte, einen guten, äh, Fluss in der Show hatte, das war, auch als Pluspunkt zu werden. Genau, wir sind auch dann, äh, apropos Double or Nothing wieder in Las Vegas, Nevada, Ende Mai, also in der letzten regulären Mai-Woche, sage ich mal, weil ich glaube, ja, die nächste, da geht es dann noch bis zum 31., das ist Mittwoch, ähm, aber die Woche davor quasi, in der letzten regulären Mai-Woche, sage ich jetzt mal, vom 22. bis 28. Da sind wir wieder in Las Vegas, mit drei Shows, ich glaube, zweimal, für die Weeklys im MGM Grand, und ich glaube, dann in einer anderen Arena, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie die heißt, ähm, aber da, ja, bringen sie Double or Nothing wieder, beim Pay-Per-View, das heißt, wir haben drei Monate ungefähr Zeit, um da was aufzubauen, ich denke, wir werden noch zwischendrin Partite-Matches bekommen, also, dürfte wieder eine interessante Zeit werden, ich glaube, bei, ähm, Dynamite werden wir wieder so eine Art Reset haben, ich glaube, es wird wieder nicht so eine überragende Show am Mittwoch, einfach, weil es so eine Art Reset-Show wird, da bauen sie es ja immer nie so, dass, die Megashow, wenn man sich die letzten, ja, an die letzten Pay-Per-Views und überhaupt die letzten Jahre erinnert, es war jetzt nicht immer so das Mega-Event, aber, ähm, ich glaube, wir werden neue Fäden sehen, neue Angles, und, äh, ja, bin mal gespannt, wir haben nur ein Match, glaube ich, angekündigt, und zwar, ähm, ja, Wardlow gegen Powerhouse Hobbs und den TNT-Title, könnte sogar auch der Main-Event sein, also, ähm, ja, die intenten sich. Ja, es ist in, äh, Hobbses Heimat, also, von daher wäre schon sinnvoll, dass der Main-Event an die Teile holt, genau, ja, ähm, ich würde sagen, ähm, was AEW angeht, sind wir durch, ähm, Ring of Honor hat ja auch ihre erste Weekly jetzt letzte Woche gehabt, ja, ich hab mich so ein bisschen durchgeskippt, muss ich sagen, ich hab das Takeshita-Match gesehen gegen Josh Woods und das Zack Sabre-Match, der Rest fand ich jetzt nicht so interessant, muss ich eigentlich sagen, persönlich. Also, Claudio gegen AR Fox war auch noch recht nice anzusehen, ich hab mir die Show, äh, komplett gegeben, äh, es ist schön, es war halt wieder das ROH-Flair, nicht, Bobby Cruz als Ringsprecher, Ian Riccaboni und Caprice Coleman am Kommentar, und es war so eine kleinere, äh, Arena, ich sag mal, man, äh, das hatte so von, von, von der Größe her so ein bisschen wie das alte NXT in der Full Sail University, so von den Ausprägungen her, und das ist genau so ROH. Ja, also die erste Show hat mir gefallen und ich werde mir definitiv die nächsten auch anschauen und hab ein gutes Gefühl dabei. Ja, es kommt drauf an bei mir, ob ich ein Match sehen möchte oder nicht, dann schau ich vielleicht mal rein, aber wahrscheinlich eher nicht regelmäßig, mal schauen. Äh, Dynamite und Rampage haben wir jetzt nicht so besprochen von letzter Woche einfach, ich muss auch ehrlich sagen, da gab's halt nicht viel. Ähm, es gab zwei gute Matches bei Dynamite und eine überragende Promo von Jon Moxley für den Pay-Per-View nochmal und bei Rampage hat's auch nichts wirkliches dabei, was man gesehen haben muss. Also als Aufbau für den Pay-Per-View war das halt echt nicht gut. Ansonsten, ja, glaube ich, war Revolution ja eh das größere Thema heute und, äh, ja, ich hoffe, wir haben das euch ganz gut nochmal, ähm, ja, bereitgestellt, unsere Meinung dazu. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ins Forum, zum Pay-Per-View. Wie fandet ihr es? Was war euer Match of the Night? Ähm, wie würdet ihr in Zukunft weitergehen mit den ganzen, ja, Siegern, in Anführungszeichen, also, oder auch Verlierern, je nachdem. Äh, also, würde mich interessieren, würde uns interessieren, eure Meinung dazu. Ich hoffe, es lief trotzdem einigermaßen gut heute, aufgrund des frühen Aufnahmezeitpunkts hier, am Dienstagmorgen, ähm, aber, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns und, äh, ja, hast du noch was loszuwerden, Thorsten? Dann würde ich sagen, äh, ja. Eine Sache noch. Du bist uns noch eine Antwort schuldig. Mhm, gut, okay. Ja, Quizmania-Frage. Welches Match war für dieser Show bei AEW das längste Match ohne Beteiligung von Brian Danielson? Das war die Frage und die Antwort, äh, Thorsten. Das wusste ich zum Beispiel nicht, deswegen darf Thorsten die auch gerne sagen. Gerne. Das war das Blood & Guts Match der JAS gegen den Blackpool Combat Club, das am Ende dann durch Claudio Castagnoli gewonnen wurde, weil Brian Danielson, trotz dessen er ja Mitglied des BCC war, in dem Match nicht beteiligt war. Und das hat knapp irgendwas bei 46 Minuten gehabt und war jetzt, ähm, äh, abgesehen, es gab ja noch ein 60-Minute-Time-Limit-Draw zwischen, äh, Brian und, äh, oder, äh, Brian und, ähm, Hangman, äh, und, äh, äh, und, äh, dieses Blood & Guts ist auf Platz 3 und das längste Match bis dato von AEW, an dem Brian Danielson nicht beteiligt war. Hm, okay, da habt ihr eure Antwort. Ich begrüße an Stefan, der hat die Frage sich ausgedacht, ähm, 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 also, lasst Liebe da für Stefan, äh, ja. Ich würde sagen, dann beenden wir diese Elite-Auber für diese Woche, ähm, ähm, nicht so mega lange, aber wir hatten ja auch ein Pay-Per-View und, äh, da, der war jetzt auch, also, ja, wir hatten schon viel zu besprechen, aber jetzt, ähm, ähm, ich hab gedacht, es wird ein bisschen mehr, weil wir halt noch, ich dachte vielleicht im Vor-Vonerein, dass was für Dynamite und Rampage noch mit was drin wäre, aber wurde auch nichts angekündigt für nächste Woche so richtig, außer Wardlow gegen Hobbs, also, da können wir jetzt auch nicht so viel philosophieren, ähm, ähm, aber, ja, Pay-Per-View-Card haben wir besprochen, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ich würde sagen, wir belassen uns für heute, checkt die Interviews bei Wrestling-Infos.de ab und andere Podcasts natürlich, die wir auch immer haben, ne, jede Woche gibt's einen WWE-Podcast, Impact-Podcast, also, na, wir hatten jetzt auch in Deutschland einen Podcast, wie bitte? Impact gibt's nicht. Ja, nicht jede Woche, aber aber regelmäßig. Ja, regelmäßig, okay, sagen wir es sicher so, regelmäßig WWE-Podcast, Impact-Podcast, wir hatten jetzt auch in, äh, vor kurzer Zeit noch einen, äh, ja, Deutschland-Podcast für deutsches Wrestling, ähm, und, ja, Shuiyako-Podcast natürlich auch, kommt auch regelmäßig, aber auch nicht jede Woche, genau, kommt jetzt auch wieder regelmäßig, ähm, ihr werdet dann auch immer, ja, das sehen, ähm, ich werde da immer mir ein paar Leute suchen, die das mit mir machen, über Japan zu reden und so weiter, über die ganzen Sachen, vor allem New Japan, da gibt's ja jetzt auch den New Japan Cup, die Anniversary-Show war gestern auch mit einem super Main-Event, also kann ich auch jedem ans Herz legen, gegen Hiroki Goto und Yoshihashi und die Tag-Team-Titles gegen Hiroshi Tanahashi und Kazuchika Okada, das war ein mega, mega starkes Match, ähm, kann ich jedem ans Herz legen, wenn ihr das nochmal schauen wollt, außerhalb von AEW oder WWE oder anderes, amerikanisches Wrestling, schaut gerne da auch mal rein und, äh, ja, da würde ich sagen, beenden wir das für diese Woche, vielen Dank an sich, Thorsten, vielen Dank an Stefan und, äh, ja, danke an euch fürs Zuhören, ähm, macht's gut, ciao. Ja, ich, äh, verabschiede mich auch und, äh, danke euch für die Geduld und entschuldige mich bei Stefan nochmal für, äh, den Fehl gestern, wobei ich sagen muss, er hat gestern in dieser Lost-Aufnahme die Moderation gemacht und hat das gar nicht schlecht gemacht. Und euch allen da draußen, äh, sage ich, ich hoffe, ich sehe euch beim Karat. Tschüss, tschüss. 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 Tschüss.